Willkommen Freunde zu einer neuen Folge von aga.io, das Spiel, das ich jetzt wochenlang gesuchtet, trainiert habe. Ich habe in der ESL gespielt, ich habe gegen meine Oma gespielt, ich habe gegen alle Leute gewonnen. Ich weiß sogar jetzt, wie man sich teilt. Ich habe alles geteilt. 10 durch 2, 15 durch 2 und, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich bei Twitter gefragt, wie ich mich den mal nennen könnte. Letztes Mal habe ich mich deine Mutter genannt. Also nicht wie deine Mutter, aber deine Mutter habe ich mich genannt. Und ja, ich habe jetzt mal gefragt und Payzone, Felset zum Beispiel, Spongebob, Peter hat jemand gesagt. Patrika fand ich auch sehr gut. Dann hat der Hans zum Beispiel geschrieben, Bausparvertrag, das ist auch gar nicht schlecht. Dustin Rake, Vinny zum Beispiel, Steinbruch oder, und das war das Beste, Iggy, Iggy ist auch nicht schlecht. Ne Dustin, Iggy, soll er Iggy nehmen? Nein, er hat noch eine richtig gute, wo war das? Ich finde das gerade nicht mehr. Das ist wieder, das ist so unordentlich hier einfach. Ähm, 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 ist auch egal. Auf jeden Fall hieß es Getarntes Quadrat und ich glaube, das nehme ich jetzt einfach mal. Und ja, wie gesagt, also ich habe das ganze Spiel unglaublich gesuchtet. Ich habe lange, lange natürlich nur trainiert, um euch das dann jetzt hier so zeigen zu können, wenn ich jetzt echt gut bin. Getarntes Quadrat. Ich könnte natürlich jetzt auch zum Beispiel Merkel hinschreiben und dann sehe ich halt aus wie Merkel. Nein, wir können gar nicht Quadrat schreiben. Okay, Leute, dann machen wir das halt so. Ich schreibe jetzt hier Merkel hin und dann sehen wir jetzt gleich aus wie Merkel und wir spielen FFA. Wir können auch eine Party machen, das habe ich eben mal gemacht. Da haben wir gemeinsam gespielt und ich wurde dann von euch gefressen. So, äh, ich drücke mal F11, damit wir hier Vollbild haben. Funktioniert es noch? Nimmt es noch auf? Ich weiß es gar nicht. Okay, weil diesmal auch wieder mit Kamera. Hallo Kamera. Und da kommt Pro-Life gerade vorbei. So, wir fangen an. Ich habe auf jeden Fall eben ein paar Runden schon mal gespielt, um ein bisschen warm zu werden. Mit W kann man, glaube ich, schießen. Wie war das, ne? Das kann man jetzt noch nicht. Und mit Leertasse kann man sich halt dann teilen. Und ganz ehrlich, teilen ist eigentlich das Wichtigste hier. Man muss sich schon regelmäßig teilen, damit das Ganze auch funktioniert. Und damit man dann auch wirklich schnell wächst. Weil wenn man nur diese ganzen Kugeln hier frisst, dann das bringt einfach nichts. Für den Anfang ganz gut, damit man halt ein bisschen wächst. Aber wenn man dann eine bestimmte Größe erreicht hat, dann sollte man sich auf jeden Fall teilen. Und dann die etwas kleineren fressen. Dann wächst man halt viel schneller, so wie er das gerade gemacht hat. Momentan sind wir halt noch relativ unrelevant für die meisten. Also wir werden jetzt noch nicht sofort gefressen. Aber der Anfang ist auf jeden Fall sehr schwer. Natürlich gibt es da so ein paar Tricks. Und man kann auch gerne die Leute in die Ecke locken. Ja, was heißt die Leute? Also die Kugeln in die Ecke locken. Hier müssen wir schon aufpassen bei der Kugel. Weil die teilen, die wollen uns, glaube ich, gerade fressen. Und ja, in die Ecke locken, das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber natürlich wollen andere dich dann auch in die Ecke locken. Während du dich gerade geteilt hast und eine andere Kugel frisst, ist hinter dir wieder eine größere Kugel. Wie das im richtigen Leben auch so ist. Hinter dir ist immer eine größere Kugel, die dich fressen will. Ja, das Zitat könnt ihr gerne auf Twitter haben. Das sind wieder Weisheiten von mir. Nein, ich habe verkackt. Verkackt. Scheiße, ja, so funktioniert das mit Teilen. Das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Und ich würde sagen, wir sind jetzt gleich tot. Hier hinter den Sonnen kann man sich übrigens auch verstecken, wenn man das denn will. Und wenn man das nicht will, dann will man das halt nicht. Aber ja, nach einer bestimmten Größe, wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat, dann funktioniert das mit dem Verstecken nicht mehr. Denn dann teilt man sich, wenn man gegen diese Sonnen kracht, sage ich jetzt mal. Und dieser blöde FC Bayern, der will uns gerade fressen. Und dahinten kommt Eat Me. Das ist bestimmt eine Falle. Nein, nein. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen größer. Ah, kacke, der hat sich auch geteilt. Aber, man, die ganzen Kugeln werden von diesem riesen Ding da bewacht. Von diesem riesen Ding. Ach ja, so. Auf jeden Fall, wir leben noch. Mal gucken, wie viele Runden ich mache. Ich hätte natürlich gerne eine sehr, sehr lange Runde. Sehr, sehr gerne. Aber ob das funktioniert, weiß ich nicht. Weil ich habe das Gefühl, Moon will uns gerade fressen. Und überhaupt sind hier sehr viele, sehr große auf der Karte. Rechts nochmal hier so die Top Ten. Moment. Können. Nein. Nein, wie dumm war das denn? Nein. Nein. So klein. Das ist wie im richtigen Leben. Da teilt man sich einmal nicht, 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 nicht. Da teilt man sich einmal und dann kriegt man wieder voll auf die Fresse. Ach man, ey. Das kann doch nicht sein. Guck mal, die fressen hier alle gegenseitig. Werden alle viel größer. Und wir, wir dümpeln hier herum mit der Angela Merkel. Das kann nicht sein. Nein. Nicht, nein, nicht. Nein, 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 nein. Nein. Die will uns fressen. Man muss natürlich, wenn man sich teilt und einen fressen will, muss man natürlich doppelt so groß sein. Also man muss natürlich beachten, wenn man sich teilt, teilt man sich und hat dann jeweils zwei Hälften mit 50% und muss dann mit denen 50% jeweils größer sein als der, den man fressen will. Das ist natürlich wichtig und der hinter mir ist, glaube ich, jetzt nicht doppelt so groß, wenn er sich teilt. Deswegen könnte er mich dann nicht fressen, deswegen teilt er sich nicht. Also muss man dann immer gucken, wer hinter einem gerade her ist. Und im passenden Moment sollte man sich dann auf jeden Fall verdünnisieren oder dann teilen. Dann wird zum Beispiel lieber dann ein großer Teil von einem gefressen, als dass man dann komplett gefressen wird. Also dann haut man lieber mit so einem kleinen Anhang noch ab, als dass man dann komplett weg ist und neu anfangen muss. Das ist auch so ein kleiner Trick, aber ich bin da jetzt auch kein Profi. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass man sich hier noch irgendwie Bilder reintut und alles Mögliche. In der ersten Folge von agar.io habt ihr auch ganz viele Tipps schon reingeschrieben. Aber ja, der hat gerade versucht sich zu teilen, hat nicht ganz funktioniert. Also das Teilen hat funktioniert, aber er hat mich nicht gefressen. Und ja, wir sind größer geworden. Das ist ganz gut funktionieren. Boah, Alter, das Spiel macht mich so fettig. Ich habe mich eben so unglaublich aufgeregt. Das glaubt ihr gar nicht. Kommt Obama. Obama will die Merkel vernaschen. Ich habe mich eben wirklich richtig krass aufgeregt. Also nein, nicht. Nein. 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 Wow. Alter, sorry, dass ich jetzt so schreie, aber das war verdammt knapp. Jawohl. Nein. Nicht. Teilt euch nicht. 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 Boah, eat me. Eat me. Könnte mich jetzt fressen, oder? Würde das funktionieren? Ich weiß es nicht. Eat me. Alter Schwede. Okay, wir haben einen Score von 325. Wobei ich glaube, der zählt gerade einfach mal wieder nicht weiter. Und wir haben gerade etwas gefressen. Das ist gut. Huh. Eat me will uns fressen. Scheiße. Boah. Ja, wenn man sich geteilt hat, dann dauert es immer wieder einen Moment, bis man... Wow, Alter, da links. Bis man dann wieder zu einem Stück heranwächst. Oder dann fusioniert. Boah, das war im letzten Moment gerade, weil da unten konnten wir nicht mehr weitergehen. Alter Schwede. Nein. Da kommt jetzt... Ungarn. Ungarn kommt da gerade an. Aber die können... kann uns auf jeden Fall nicht... ist langsamer als wir und nicht doppelt so groß. Alter, was ist denn hier los? Nein, nicht. Oh, oh. Ich glaube, das war es jetzt für uns. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Wobei, wir könnten vielleicht nochmal mit einem blauen Merkel-Auge davon kommen. Alter Schwede, ey. Das Spiel, das ist heftiger als Last of Us, als Heavy Rain und so weiter und so fort. Das ist einfach zu heftig. Ganz ehrlich, wer sich leicht aufregt, der sollte dieses Spiel nicht spielen. Kann ich den fressen? Bin ich doppelt so groß? Das könnte klappen, oder? Ich bin mir so unsicher. Aber wir sind noch in der ersten Runde. Das ist gar nicht mal so schlecht. Muss ich gerade mal so ein Protokoll geben. Und, äh, ja. So ist das. Da kommt Moon. Oh, guck mal. Moon ist gar nicht mehr... So viel größer. Obama hat sich gerade geteilt. Komm, wir könnten... wir müssten mal... Ah, ich würde den Roten gerne fressen. Zum Frühstück. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Komm, wir holen uns. Wir holen uns die. Ach, Leute. Und, äh, jawoll. Das ist auch in Ordnung so. Das ist gut. Guck mal, jetzt haben wir den auch noch gefressen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon ein paar Punkte. Und, ähm, ja, aller Anfang ist schwer. Das ist natürlich das, ähm... Das, 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 äh... Aber jetzt fällt es mir nicht ein. Wie nennt man das? Sprichwort. Genau. Das ist natürlich das Sprichwort, das hier sehr gut passt. Nein, 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 jetzt wollte ich hier irgendeine Scheiße reden, ja, jaja. So, noch eine Runde, komm, eine, eine Runde, eine, eine Runde können wir auf jeden Fall noch machen, ne, eine Runde können wir noch machen. Übrigens ganz interessant, äh, ganz interessant, ganz, ähm, ja, sehr entspannt, wenn man sich nicht so aufregen würde, das Spiel hier zu spielen, im Gegensatz zu einem Horror-Game, wo man sich halt dauernd erschreckt. Hier regt man sich nur auf, aber es ist halt so ein helles Bild, so farbenfroh und so, kann man auf jeden Fall sehr gut spielen, auch wenn es halt hier nicht so viel zu lachen gibt. Vielleicht sollte ich mich mal dopen, wie im E-Sport, wie das jetzt allgemein üblich ist, oder, ähm, ich schiete einfach. Und, in welchem Spiel hast du gescheatet? In agar.io. Ach, du auch. Das ist total sinnlos eigentlich, aber, komm, er ist gerade auf Toilette gegangen, ja, voll, voll assi eigentlich, ne, denkt er sich gerade so, ich, ich trinke jetzt mal einen Schluck, ich, oder ich gehe mal kurz auf Toilette, ich hoffe, ich lebe da noch, ja, und dann kommt er wieder, dann ist er geschluckt worden, das klingt ganz falsch. Wow, Germany! Deutschland ist ja echt groß, ne? Naja. Wobei, ist gar nicht in den Top Ten, oder? Ist da Deutschland irgendwo in den Top Ten? Ich weiß es gar nicht. Ich kriege das alles gerade gar nicht mit, ey, das, das Spiel ist auch, man ist so unglaublich abgelenkt einfach, man kriegt echt nichts mehr mit. Letztens habe ich das echt mal, also ich habe das jetzt nicht so krass gespielt, wie ich jetzt sage und so, aber ich habe das letztens einmal dann auch so ausprobiert. Und, ähm, so abends, auf einmal, so, da hatte ich so 19 oder 20 Uhr angefangen, auf einmal war es echt 21 Uhr und ich dachte, boah, normal spiele ich ja eigentlich momentan relativ wenig und, wow, also ich spiele relativ wenig wirklich in letzter Zeit und, ähm, wenn ich dann spiele, dann, dann heißt das schon was, dass ich mir dann extra die Zeit dafür nehme und dann für so ein Spiel, das ist eigentlich nicht, und, also normal bin ich auch keiner, der Browser Games spielt oder Mobile Games und so, aber, das, das Spiel kann man hier auf jeden Fall sehr gut zwischendurch, vor allem zocken, weil, man macht einen, Browser auf, geht auf agar.io und zack, kannst du sofort spielen. Du musst dir nicht meinen Account oder so anlegen. Und das ist, äh, sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Das ist wirklich sehr schön. Subiya Bré kommt hinter mir her. Sag mal, willst du mich verarschen, ganz ehrlich, ey? Ich hasse das immer, wenn die, die stundenlang verfolgen, obwohl das überhaupt gar nichts bringt. Jawoll! Haben wir den auch verschluckt. Aber das ist ganz ehrlich, das ist wirklich so. Jedes, jedes zweite Wort klingt hier total zweideutig in diesem Spiel. Das ist, ja komm, man kann sich auch mal was trauen hier, oder? Wir sind ja hier nicht, äh, Leben ist auch ein Ponyhof. Äh, kein Ponyhof, natürlich. Wie oft ich diesen Satz immer sage, ich weiß gar nicht warum, aber das ist wirklich so. Das Leben ist kein Ponyhof. Das muss man immer mal wieder sich, äh, klar machen. Nein, nicht, fress mich nicht. Nein, fress mich doch nicht. Tu sauf. Boah, Moon. Moon geht ja voll ab. Hu, jetzt wird, jetzt ist wirklich der Punkt, wo man dann wieder so langsam nervös wird, weil am Anfang hast du natürlich, hast du ja nichts erarbeitet und so. Das ist nicht so schlimm, wenn du gepressen wirst und so. Ärgert einen natürlich auch. Aber jetzt, jetzt ist natürlich krasser, weil jetzt hast du schon so eine kleine Basis, die aufgebaut. Möchte es natürlich auch gerne mal die Türkei vernaschen. Und, ähm. Hu. Das war vielleicht gar nicht mal so dumm, was ich jetzt gemacht habe. Ja. Das war jetzt die, äh, äh. Hu. Ha. Im letzten Moment. Alter. Ja. So kann man nämlich auch gerne mal rückwärts spielen, dass man einfach kleiner wird, als man angefangen hat. Das ist natürlich super. Oh, guck mal. Number One. Ja. Ach komm, den holen wir uns jetzt einfach mal. Ich glaub, der frisst uns jetzt nicht, oder? Michael? 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 Frisst uns jetzt bestimmt nicht. Ich mein, wir haben ja nichts. Guck mal. Germany ist gerade eingeschlafen. Das ist auch schön. Bitte einen guten Schlaf. Nein, geh doch, geh doch weg. Geh doch weg. Boah, das ist, guck mal, das ist Jay. Das ist Hongkong. Hongkong kann uns aber nicht schlucken. Also schlucken. Oh Mann, ihr versteht das immer falsch. Ich hab auch nichts dafür, wenn das so heiß. Boah, die wollen uns, alle, wir sind jetzt gerade in so einer richtigen Arschlochgröße. Das ist total kacke. So ist übrigens mein Leben auch, weil ich so klein bin. Ich werde auch, wenn man von allen, die größer sind, gemobbt. Das ist wirklich so. Nein, eigentlich nicht. Es geht. Boah, guck mal hier, alter, da re... Alter, Schwede, ey, was da gerade abgegangen ist. Ist ja wirklich... Scheiße. Hätten wir den jetzt geboren, das wäre so super gewesen. Und die Folge geht eigentlich viel zu lang. Aber man kann nicht aufhören. Man sagt jedes Mal so, ich spiele noch eine Runde. Das ist echt, echt schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ach komm, den hätte ich doch jetzt hier vernaschen können. Komm, den holen wir uns. Den holen wir uns. Jawohl, das ist doch in Ordnung. Das kann man mal machen. Ja, komm hier, komm. Komm, werd blau. Komm auf die blaue Seite der Macht. Wir haben auch Kakao. Oder Kaffee. Keine Ahnung, was du gerne hättest. Boah, Mohn, Miit. Komm zu mir. Das ist dieser Moment. Wenn du so wartest, dass du wieder... Dass du größer wirst. Oder was hier los ist. Ja. Nein, nicht die Merkel. Guck mal, die teilt sich jetzt gleich wieder, die Merkel. Eine Merkel reicht, ganz ehrlich. Denn das ist... Das muss ich, glaub ich, nicht zweimal sagen, oder? Hat die LeFloid zwei Merkels interviewen müssen, das wäre, glaub ich, noch krasser gewesen. Andersrum wäre, glaub ich, besser. Zwei LeFloids. Eine Merkel. So, guck mal hier. Das ist doch ganz gut so. Ja, aber es läuft jetzt nicht so schlecht. Es könnte auf jeden Fall schlechter laufen. Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt hier mal alles mit. Ah, Mist. Mist. Fast hätten wir den jetzt hier in der Ecke eingekreist. Und vereinnahmt. Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Entschuldigung, dass ich wieder schreie. Die Nachbarn beschweren sich bestimmt wieder. Was schreit der denn immer so? Die Sau. Was willst du dazu? Ja, super. Ich komme irgendwie hier nicht wirklich weg. Ich komme hier nicht wirklich weiter. Nein. Nicht. Nein, du schluck. Schluck was anderes. Entschuldigung. Oh Mann. Das ist Romania. Nia. Humanien. Ah, Mann, 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 ey. Weißt du, du spielst so eine Stunde, du stirbst nie, aber wirst auch immer kleiner. Das heißt, du bist am Ende wirklich kleiner als vorher. Das ist nicht der Sinn, das Spiel ist. Ich bin voll der Versager. Man könnte seine Zeit auch mit sinnvolleren Sachen. Okay, lassen wir das. Komm, komm zu mir. Komm. Guck mal, das ist agar.io. Scheiße, ey. Nicht mal den kriegen wir. Oh nein. Guck mal, jetzt kommt er weg. Piss dich. Geh weg. Keiner will was von dir. Der ist zum Glück nicht so viel groß als ich. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Komm her. Komm. Das ist scheiße. Ich trau' mich nicht, mich hier zu teilen. Guck mal, das Fanno, ist der Bruder von Leno, oder die Schwester von Leno, egal. Ebola gleich, nein, das ist, manche Leute verstehe ich, oh, da oben, der ist, der ist gefährlich, nein, 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 boah, das war knapp, das war richtig knapp, auf jeden Fall hat er richtig verkackt, ey. Mach ich das mal so, dann werden wir jetzt wenigstens wieder ein bisschen größer, komm, den holen wir uns jetzt auch noch, oh nein, ja, wenigstens den noch, Bausparvertrag, ganz viele Bausparverträge, oh Gott, guck mal, jetzt kommen hier gerade alle zusammen für das Familientreffen, das wird eine runde Sache, Entschuldigung, aber stimmt doch eigentlich, oder, guck mal, da kommt Big, nein, Dodge, Doc, Doc, nein, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, oh Mann, ey, das läuft, guck mal, jetzt sind wir wieder auf dem, boah Mann, Mann, Frau, Scheiße, nein, nicht, oh, bewegt er sich denn kaum, eingeschlagen, wahrscheinlich so beim Spielen, es gibt bestimmt Leute, die das hier eine ganze Nacht spielen, den ganzen Tag, ganze Nacht, hier ist Ende, oder, jetzt sind wir echt hier in der Ecke, oh, wir sind in der Ecke, und hier ist was sehr großes, gelbes, Alter, was ist denn hier los, alter Schwede, was machen die denn da, will ich das wissen, was die da in der Ecke treiben, ich glaube nicht, ja, das ist heute eine Folge von, achso, der will uns anlocken, von, ähm, 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 aga.io, oh nein, oh nein, da kommen wir nicht mehr, wir kommen da nicht mehr durch, da unten, ne, Hü, nicht, jetzt, wenn die sich jetzt teilen, sind wir sowas vom Marsch, haben wir jetzt echt davon profitiert? Das wäre natürlich super, wir sind echt ein ganzes Stück größer jetzt geworden, das ist sogar meine beste Runde innerhalb dieser Aufnahme, glaube ich, aber man verkackt sowieso mal, wenn man aufnimmt, das ist immer so, weiß nicht, ob ich mich da nicht konzentriere, ob ich einfach nur verpeilt bin, aber ich bin eigentlich immer ziemlich verpeilt, komm, könntest du dich wieder zusammenreißen, zu einem großen Marsch-Bar-Vertrag, das wäre super, ah, zack, komm, man, schluck ihn, oh man, es wird auf jeden Fall spannend, wenn wir uns jetzt wieder zusammentun, dann könnte das ziemlich cool werden, ich habe ein bisschen Angst vor Ebola, das Spiel ist so geil einfach nur, komm, jetzt werden wir groß, dann haben wir ja nicht eine Möglichkeit, um zu überleben, oh nein, guck mal, was da hinten kommt, alter, der ist auch riesengroß, also ich, die sind so klein, das lohnt sich gar nicht, die zu fressen, CIA, weil die schnappen, der schnappt mir mein ganzes Essen hier weg, man, 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 oh man, ja, ja, geil, danke, dass du mich gefüttert hast, kann man mal machen, oder, also, es läuft jetzt nicht so schlecht, wir haben zwar einen ganzen Teil jetzt wieder verloren, aber, ich glaube, wir hauen jetzt mal ein bisschen ab, oder, das wird mir ein bisschen gefährlich hier gerade, ja, 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 guck mal, wie groß wir jetzt eigentlich geworden sind, hmm, können natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die Folgen dann so viel zu lang sind, ob man da dann so ein bisschen schneiden soll, oder, oder wie man das am besten macht, aber ich glaube, ich haue das einfach als, als Wochenendspecial, oder als Montagsspecial, oder so raus, oder? ich glaube schon, ich glaube, das, das kann man, ich glaube, das kann man mal machen, so, wenn wir uns jetzt dann wieder zusammentun würden, wäre ich da auf jeden Fall sehr angetan von, guck mal, wie groß wir jetzt sind, komm, alle wieder zusammentun, komm, wieder zu einem großen werden, das ist auch schon, das ist immer so zweideutlich, oh, oh, Ebola, tut euch zusammen, nein, oh Gott, Alter, sind wir jetzt gerade groß, alter Schwede, komm, wir nehmen das jetzt alles mehr mit, jetzt sieht man das Bausparvertrag auch wenigstens mal, das ist doch super, oder? Boah, wenn wir jetzt noch einen richtig großen da noch fressen würden, das wäre so super, da oben, da hinten rechts kommt wieder der eine Typ, boah, ihr merkt aber, das hat total weit rausgesucht, man kann auch wieder reinzoomen, und, wir sind unglaublich langsam jetzt geworden, aber auf jeden Fall eine ganz gute Runde jetzt, ich würde die ja hier gerne mal essen, ich weiß nicht, was jetzt hier rechts abgeht, ob wir jetzt wieder nach rechts gehen sollen, bin ein bisschen nervös jetzt, weil so groß war ich lang nicht mehr, aber wir müssen auf jeden Fall uns jetzt noch mal teilen, wir müssen irgendwas Großes jetzt fressen, zum Beispiel den hier, genau, das hat ganz gut funktioniert eigentlich, aber jetzt gleich kommt wieder irgendein großer, der uns hier einkesselt, und dann haben wir ein richtiges Problem, aber bis, ja, bis dahin haben wir eigentlich hier gerade die Oberhand, sind jetzt gerade hier in unserem Gebiet eigentlich so mit der größte, das gefällt mir sehr gut, wenn wir jetzt gleich wieder zusammenwachsen, dann zeigen wir denen mal, wo der Frosch die Locken hat, wo hat denn der Frosch die Locken, ich weiß auch nicht, oh man, ja komm, man, die kleinen könnten nochmal in mich rein, in mich rein, ja, ja, der kleine Teil von uns, der ist leider ein bisschen klein, deswegen, da müssen wir ein bisschen aufpassen, bis wir uns dann hier wieder zusammen tun, boah, ich bin gerade voll nervös und angespannt, fast 2000 Punkte, das ist gar nicht mal so schlecht, also wir sind wirklich schon relativ groß, groß jetzt und ja, je nachdem wie lange jetzt die Folge geht, schneide ich vielleicht auch einfach den Anfang weg oder ja, schneide einfach so den Mittelteil weg, weil ich glaube, die Folge ist jetzt, oder das Stück jetzt hier ist gerade mit das Interessanteste, so groß zu sein, ist schon sehr cool, ja, ich spreche da aus Erfahrung, würden wir den hier kriegen? Scheiße, jetzt haben wir ein bisschen verkackt, Mist, das war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung meines Lebens, Nein, nicht, nein, kannst du bitte das mit dem Vollbildmodus mal wegmachen? Scheiße, 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 boah, geht der mir gerade auf den Sack, Alter, das ist gerade richtig gefährlich für uns alle, tut euch doch zusammen wieder, ganz ehrlich, Leute, warum funktionierst du denn nicht mehr? ja, immerhin, immerhin, oh Mann, ist das gerade spannend, ey, aber jetzt werden wir wahrscheinlich von hier, ja, die wollen, die locken, der lockt die jetzt gerade alle da an mit diesen Dingern, könnte jetzt natürlich auch schießen, aber traue ich mich jetzt gerade nicht, boah, wir sind jetzt ganz blöd eigentlich von der Position her, wir sind so von an der Wand, alter Schwede, aber hier sind so viele, hier ist so viel Futter gerade, das ist so super, können wir jetzt mal wieder fusionieren, das dauert ewig gerade, oder? gerade so, das dauert echt lange, guck mal, die nähern sich gar nicht mehr an, oh Mann, oh, wir müssen aufpassen, also so schnell werde ich mich glaube ich nicht mehr teilen, also, meine Kugel natürlich jetzt hier, oh, komm jetzt, geh doch wieder zusammen, bitte, 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 und, jawoll, das ist ein großer Bausparvertrag, den ich auf jeden Fall abwickeln würde, wenn ich jetzt einen bräuchte, so, aber irgendwie, ich weiß nicht, warum die Punkte da nicht mehr so richtig weitergehen, naja, also mein Score wächst irgendwie nicht mehr mit, komm jetzt, ja genau, das ist doch gut so, dann gehen wir jetzt hier unten hin, so, ich setze mich mal ein bisschen anders hin, ich glaube, ob das funktioniert alles, ich hoffe, der nimmt auch gerade noch auf, dann ist das alles wunderbar, auf jeden Fall, boah, wenn ich jetzt keine riesen Kugel auf uns zukommt, und wir uns gleich wieder zusammen fusionieren, dann, boah, dann haben wir echt gute Chance, da kommt Polen gerade, aber die sind auf jeden Fall ein bisschen kleiner, glaube ich, als die meisten Kugeln von uns, boah, wie weit das jetzt rausgezoomt ist, hat, krass, oder? Finde ich auch cool, dass ich jetzt in der Aufnahme, dass ich endlich dann auch mal eine gute Runde hinbekomme, oh, guck mal da oben, was da gerade kommt, das wäre jetzt ärgerlich, wenn wir jetzt gefressen werden, deswegen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, Opasny kommt da gerade, so, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder ein bisschen größer, komm, komm, tu dich wieder zusammen, ja, komm, komm, los, boah, das dauert so ewig, 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 ja, wer ist jetzt der Größere, ja, okay, ich habe es ja verstanden, na, ha, wer, jawohl, scheiße, das hat nicht funktioniert, Mist, warum teile ich mich denn sofort wieder, kann mir das mal einer sagen, na, wäre ich doch ein bisschen größer gewesen, dann hätte das funktioniert, ja, okay, 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 egal, jetzt konzentrieren, guck mal, das Blondie, die würde ich auch gerne mal, oh man, jedes Mal kommst du wieder zu so einem Spruch, das will ich eigentlich gar nicht, aber ist einfach so, der Score könnte sich jetzt wirklich mal aktualisieren, guck mal, da hinten kommt was ganz Großes, das ist, oh man, sind wir in der Top 10 noch gar nicht, wir sind total unrelevant, wobei, Bausparvertrag heißt, naja, gut, sind wir nicht, sind wir leider noch nicht, da kommt Smite, Smid, Smitty, alter Schwede, kann er uns jetzt, ist der doppelt so groß, alter, alter, nein, 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 warum, oh scheiße, fuck, komm, jetzt machen wir es einfach so, fuck, jetzt ist deine Mutter wieder hinter uns her, scheiße, ah nein, jetzt sind die alle hinter uns her, das kann ja echt nicht sein, boah, das war gerade im letzten Moment, dass wir uns wieder zusammengetan haben, hui, joi, 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 so, da müssen wir uns wieder ein bisschen, ja, weg, weg, weg von der, lieber hier hin, jo, läuft wieder einigermaßen, können wir hier die Mutter wieder, immer dieser Moment, wenn man auseinander ist, man fühlt sich so entzwei, wisst ihr, was ich meine, das ist schon sehr schrecklich irgendwie, wie gehe ich denn jetzt hin, ich weiß es nicht, komm, bitte, tu dich wieder zusammen, tu dich wieder zusammen, warum folgt der mir jetzt, das ist total sinnlos, der kann mich sowieso nicht schnappen, und weil, ich bin jetzt sowieso gleich größer als er, das verstehe ich nie, warum der mir jetzt folgt, wie viele kleine jetzt hier herumkullern, das ist eigentlich ganz gut, sind nicht so viele richtig, richtig große hier unterwegs, außer der gelbe da zum Beispiel, so hier, da kann man alles mitnehmen, wobei ich glaube, ich gehe lieber hier in die Richtung noch so ein bisschen, da sind schon viele kleine, die ich verspeisen könnte, oh, das ist echt spannend jetzt gerade, man, 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 viel, viel gewonnen, aber auch wieder viel verloren, NASA könnte ich mal fressen, das wäre ja ganz sinnvoll, die NASA oder den hier, ja, das war recht sinnvoll gerade, das hat mich gerade erfreut, erfreut ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, sehr schön, aber ich würde mich jetzt nicht nochmal teilen, oder, erstmal wieder warten, der lockt den echt, na komm, gut, dann, bis wir gleich wieder zusammen sind, nehmen wir uns erstmal, alles was wir hier mitkriegen, ohne Risiko und so, komm, ach Mist, das geht auf jeden Fall ganz gut, boah, ich will nur in die Top Ten einmal kommen, das wäre ja so mein Traum, wäre so super, so, ich werde immer leiser, immer konzentrierter, Bauchspartvertrag, wir sind in der Top Ten, das Ding, warst du schon mal in der Top Ten, du bist gerade der Größte auf dem Server, 12.000 Punkte, und nimmst du nicht auf, auf welchem Server bist du und wie heißt du, nein, das Ding spielt gerade auf dem iPad, also nicht auf dem PC, das wäre natürlich super geil, wenn wir einfach jetzt hier den Server rulen würden, rulen würden, Bauchspart, wir sind acht, wir sind acht, wir waren gerade sogar kurz sieben, glaube ich, boah, alter Schwede, alter Schwede, komm, jetzt, jetzt bin ich richtig motiviert, richtig motiviert, muss man voll aufpassen, aber ich will jetzt keinen Scheiß bauen, ich will wirklich jetzt keinen Scheiß bauen, ansonsten kommt wieder Schläge aus der Community, ja, fütter mich ruhig, hm, was mache ich jetzt am besten, was ist jetzt am sinnvollsten, oh, guck mal, was hier los ist, oh, der hat die alle gerade, ja, jetzt sind wir nur noch neun, naja, ist ja nicht so schlimm, ja, die Kleinen lohnen sich jetzt gar nicht mehr, das Risiko ist zu groß, wir müssen uns jetzt größere nehmen, ja, der lohnt sich, der fast, auch nicht wirklich der, okay, machen wir das halt so, ein Bausparvertrag, das Gute ist, wir sind halt jetzt, auch wenn wir uns teilen, auch immer extrem groß, oh, Platz sieben, ja, wieder acht, also größer als die meisten hier, das ist einfach super, boah, das kann echt lange, ich nehme jetzt schon 38 Minuten auf, mal gucken, wie ich das dann schneide, muss ich jetzt nochmal sagen, also, wahrscheinlich, nehme ich dann nur in diese eine Runde rein, nur das Ding, immer noch, läuft bei dir, oh, jetzt bin ich nur noch zehn, du bist gerade geteilt worden, von deinem Mathelehrer, das war schlecht, oder, boah, ich habe echt Schiss langsam, ich will das jetzt echt nicht verlieren, oh, fuck, oh, fuck, 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 fuck Leute, fuck, tu dich wieder zusammen, kann er uns fressen so, kann er uns jetzt fressen, ne, oh, perfekt, jetzt tun wir uns langsam wieder zusammen, boah, jetzt werden wir richtig groß, jetzt werden wir richtig, richtig groß, wobei es dauert doch noch ein bisschen, aber wen fressen wir denn jetzt, den hier zum Beispiel, boah, das wäre gut, komm, tu dich zusammen, tu dich zusammen, reiß dich zusammen, zehn sind wir wieder, naja, hauptsache, top ten, ist auf jeden Fall nicht schlecht, boah, wie groß wir sind, wie groß wir sind, oh, scheiße, so, ich will die jetzt essen hier, das traue ich mich gerade nicht, ich traue es mich gerade wirklich nicht, schade eigentlich, hui, Bausparvertrag, das ist auf jeden Fall das Wort des Glückes, das bringt einfach Glück, danke nochmal, an den Hans, oder, Hans war das, ne, perfekt, ja, der Hans, der bringt Glück, oh, wieder neun, oh Gott, der ist echt groß da rechts, ja, natürlich werden die Sonnen, also die Abstände zwischen den Sonnen, jetzt nicht kleiner, aber für uns kleiner, weil wir immer größer werden, also so gesehen, irgendwann begrenzen die einen natürlich, da kommt man an bestimmte Stellen gar nicht mehr ran, aber ich brauche irgendwas Großes zum Fressen jetzt, Bausparvertrag, mal gucken, was meint ihr hier, wie weit kommen wir in der Top 10 noch, scheiße, wieder auf 10, haut gerne mal in die Kommentare rein, oh man, das ist die Runde meines Lebens, haben wir den essen, das nicht, meinst du, ich krieg den hier, meinst du das, wenn ich mir teile, nein, nein, ich teile, wann, wie oft würdest du dich teilen, wenn du so groß bist, aber du meinst, der war zu groß, ich bin immer unsicher, so ein bisschen, kann das ein bisschen schlecht einschätzen, und den hier, krieg ich den, geil, danke, man muss immer versuchen, die irgendwie in eine Sackgasse zu drängen, oder gegen andere Kugeln, dann funktioniert das, das kann er da, gut, wenn die anderen Kugeln dann selber auch noch kleiner sind, na, hier ein bisschen raushalten vielleicht sogar, oh Gott, da hinten rechts bahnt sich auch gerade etwas an, wir sind acht, jetzt sind wir zehn, scheiße, man, ja, wir müssen jetzt ein bisschen Risiko eingehen eigentlich, sonst lohnt sich das nicht, weil die anderen werden jetzt größer, schneller größer, und dann haben wir gleich keine Chance mehr, ein bisschen Schiss, da unten, da geht auch einiges gerade ab, huiuiui, okay, jetzt sind wir wieder richtig groß, jetzt sind wir wieder klein, ja, so kann es laufen, na ne, nochmal teilen, das wäre echt, das wäre voll der Selbstmord, ah, man, 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 ich hoffe, der nimmt jetzt wirklich das auch auf, ey, dass ihr glaubt, dass ihr dann endlich mal seht, dass ich gar kein Failset bin, nein, nein, Quatsch, das ist einfach, das ist wirklich Glück, viel können ist da eigentlich nicht bei, doch, das ist sehr viel können, das ist alles nur können, oder das den, lebst du noch, und, Platz 1, Platz 2, du hast gesagt, du bist der Größte auf dem Server, na gut, ich glaub dir das mal, oh, jetzt sind wir uns reingeschwommen, ich bin mir nie sicher, was ich sagen soll, gelaufen, gerollt, geschwommen, oh, Kanada ist sehr interessant, was, was hältst du von Kanada, und von H, haha, ne, hä, wie kann man den Sonnenverschießen, hm, alter, wir sind 5, Dustin, krass, läuft das gerade gut, aber ich teile mich nicht noch, ich konnte jetzt Kanada fressen, aber, ja, Kanada, Frau Nationalmannschaft ist auch nur ein bisschen in das Viertelfinale gekommen, da will ich denen jetzt nicht das Land auch noch wegnehmen, da muss ich ein bisschen aufpassen, man ist ja auch irgendwo Mensch, ein bisschen aufpassen, die wollen uns alle fressen hier, also, Good Player könnte unseren kleinen Bausparvertrag essen, müssen aufpassen, Geh weg, geh weg, da ist USA vor uns, und Finnland kommt auch, aber Finnland ist noch sehr klein, boah, wir können jetzt alle fressen, wenn wir uns jetzt hier wieder fusionieren, Schweden würde ich gerne wirklich mal vernaschen, das wäre so super, fuck, oder die hier, Napolitano-NATO, okay, ja, es ist soweit, gleich werden wir uns wieder vereinen, ich bin sehr gespannt, ich glaube, den werden wir uns jetzt unter den Nagel reißen, mal gucken, ob das nicht zu hoch gestapelt ist, okay, wir sind Platz 6, wieder ein bisschen schlechter geworden, aber es geht auf jeden Fall, Leute, Scheiße, fuck, der war, der war genau gleich groß, das ist nicht gut, nicht gut, jetzt habe ich ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen, komm, einer muss einen Fehler machen von euch, Scheiße, Schweden ist ziemlich groß geworden, nein, sie wollen hier uns, nein, die wollen uns einkreisen, wir sind 5, wir dürfen uns nicht mehr einfach so teilen, das muss dann auch wirklich funktionieren, KZ ist echt gefährlich, da hinten, wieder Platz 7, oh Leute, es ist echt anstrengend, das zu kommentieren, wenn man sich so voll konzentriert, die ganze Zeit, oh, NASA ist gerade, wir haben gerade NASA verschluckt, sehr gut, so, da kommt Good Player, jawoll, das ist super, und das den, läuft bei dir, Platz, wow, Alter, echt, echt, gerade beide Glück, ne, ich nehme übrigens jetzt 48 Minuten auf, nein, okay, da sind wir glaube ich noch einkommen, okay, Boff, Boff würde ich mir gerne schnappen eigentlich, na, wir bleiben so ein bisschen am Rand, und ich muss mich nochmal anders hinsetzen, oh, hier kommen die ganzen kleinen gerade, angerast, aber wir sind wieder Platz 10, was, wir sind einfach zu langsam, habe ich das Gefühl, wir müssen mal mehr machen, weißt du, ich kriege den roten hier, das dient? Nein, scheiße, oh, jetzt sind wir wieder, Platz 10, oh, scheiße, oh nein, 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 der will uns, nein, nein, wir haben ein ganz großes Stück, nein, das war's, okay, auf jeden Fall eine riesige Runde, hat echt Spaß gemacht, wir sind super groß geworden, und ich spucke mir hier schon aus Mikrofon, ja, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Folge, der Dustin lebt, auf jeden Fall immer noch, und dann vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns, ja, irgendwo, auf einem Video, in einem Video, bei mir, auf dem Kanal, bis dann, ciao, oi, 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 man, 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 das ist spannend, das ist spannend, Vielen Dank.